Hier bei dem runden Ding hier, schneller drehen. Ja, die große Frage ist ja letztendlich, wer wird am Ende als Kanzlerkandidat stehen? Vielleicht wird ja am Ende keiner von den Promis als Kanzlerkandidat stehen und dann wäre die Lösung, dass die Kanzlerkandidatin, der Kanzlerkandidat und dann jeweils die befreundeten Promis sozusagen in einer Sendung sind und eben ein Vertreter der externen, unentgeltlichen Reformer mit dabei ist, sodass dann also ein Dreigestirn sozusagen jede Sendung bestreitet und dann kann es klappen mit der Kanzlerschaft, auch ohne dass jetzt einer dieser Promis dann wirklich sagt, okay, ich bin auch bereit, in den sauren Apfel zu beißen und eventuell Kanzler zu werden. Und das sozusagen, das wäre die andere Lösung sozusagen, dass jemand, der eben nicht so bekannt ist, dann, dass wir dann also den Kanzlerkandidatin haben, einen der Promis im Talk oder mehrere der Promis im Talk und einen aus den externen Experten und den externen Reformern, das ist der richtige Name. Denn es geht nicht darum, nur ein Wahlprogramm zu schreiben, das geht ruckzuck, ja. Es geht ja darum, es zu können, diese Reformen auch durchführen zu können und dafür ist man leider ja auf die externen Reformen angewiesen, weil man 52 Jahre lang Spitzenwissenschaft leider durch nichts ersetzen kann. Ja, und dann sozusagen immer den neuesten Stand finden Sie ja hier, also hier, Sie gehen einfach hier drüben hin, Sie gehen auf unsere Homepage, da steht jetzt übrigens auf jeder Homepage nochmal ganz deutlich, die Distanzierung von Scientists for Future, ja, einer von uns aus halt zu weit rechts stehenden, aus unserer Perspektive, als bodenständige, naturwissenschaftliche Linke sozusagen zu weit rechts stehende Organisation. Und wir haben uns ja, uns verbindet ja eine herzliche Feindschaft, wo man sich gegenseitig munter voneinander distanziert hat. Wir waren denen wohl zu links und die sind uns mittlerweile eben zu weit rechts. Das ist einfach das Dilemma. So, und dann finden Sie aber hier auf der Homepage, gehen Sie ein paar Zentimeter tiefer, dann finden Sie hier immer den neuesten Stand. Und wenn Sie darauf klicken, kommen Sie immer sofort hier hin. Und da haben Sie immer den neuesten Stand. Sie sehen es ja hier, der Wahlkampf läuft auf vollen Touren. Sie können dann auch hier anklicken, wenn Sie selbst was schreiben wollen, uns eine Nachricht schicken wollen und das nicht per E-Mail machen wollen, können Sie die Nachricht dann auch so schicken. Hier Antworten zu Kommentaren hier. Hier steht es auch, hier können Sie diskutieren mit uns, ja, und so weiter. Unter dem anderen Post hier, da wird immer automatisch alles gelöscht, weil wir sonst das Ganze technisch nicht mehr im Griff behalten können, weil wir müssen diese Seite ständig bearbeiten, weil es ja ständig neue Nachrichten sind. Und Sie finden hier immer das Neueste zur Basispartei, zu Wir 2020 EU, zu die Föderalen und so weiter. Da wissen Sie, das mache ich jetzt mal gerade schnell, damit Sie sehen, wie wir arbeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Video zum Thema Bodo Schiffmann. Zum Beispiel jetzt machen wir hier eine Suche auf, damit Sie das mal sehen, wie wir arbeiten. So arbeitet man aus unserer Sicht richtig mit YouTube. Vielleicht können Sie uns noch bessere Tipps geben, aber zum Beispiel kann ich jetzt mal hier so die Föderalen eingeben und gucke mal, was passiert. Ja, Föderalen, wie schreiben die das selbst? Wie schreiben die ihre Sendung selber? Die Föderalen, also da gehe ich doch lieber mal auf ein Ö, ne? Dann gehe ich hier auf ein Ö, die Föderalen, Partei, vielleicht mal so. Was bringt das jetzt? Na, das bringt das Falsche, weil dann die Partei, das bringt zu viele Klicks, also zu viele Aufrufe. Dann probieren wir es nochmal mit den die Föderalen. Ja, jetzt habe ich immerhin den Kanal der Föderalen, ja? Und jetzt sieht das ja ganz gut aus. Jetzt gucke ich mal, was es so im letzten Monat, diesen Monat gab bei den Föderalen. Ja, da wird es aber auch schon wieder durchwachsen. Ja, da sieht man schon, die sind nicht besonders aktiv. Das ist, ja, ob die jetzt diese Woche, schauen wir mal, Föderalen, ja, jetzt die Föderalen, Interview vor vier Tagen, erster Bundesparteitag der Föderalen, habe ich mir angeschaut. Alles sehr nichtssagend, alles sehr viele leere Worte. Ja, und also ich glaube, das ist so eine Kaninchenzüchterpartei, die also schon jetzt bei der Gründung bedeutungslos ist und wahrscheinlich nie was wird. Das ist so, wenn man nicht mit den besten Experten, den externen Reformern vom Weltrat zusammenarbeitet, dann kann das nichts werden. und jetzt gucken wir noch mal, was heute erschienen ist. Aber da kann man jetzt nichts sagen, weil die heute haben fast, fast keine der Parteien irgendwas Neues, ja. Außer uns ist da nichts regelmäßig ins Neues. Wir sind ja jeden Tag hier zum Beispiel. Wir sind hier bei den Föderalen, sind wir mit unserer Einmeldung von gestern Abend und da kommt dann jetzt auch unsere neue Sendung hin. Ja, so arbeiten wir. Und das sehen Sie hier Basispartei. Und also wir suchen ständig nach den neuesten Sendungen für Sie als Zuschauer, nach den neuesten Sendungen. Und sobald, deswegen haben wir ja auch das Video mit der Eva Rosen entdeckt gehabt und gesehen, dass es dann auch sofort wieder gelöscht wurde und sehen dann auch, dass auf der Homepage dann eben sich bestimmte Sachen verändert haben, weil wir ja eben, gucken Sie hier, natürlich dann auch jederzeit, wo ist es? Ja, wir dann hier zum Beispiel an jederzeit die Homepage anklicken können, den neuesten Stand lesen können und dann sehen, ob es irgendeine neue Nachricht gibt. Aber wir richten uns hauptsächlich an die Videos, an die Sendungen. Ja, denn wenn neue auf der Homepage geschieht, nur sehr selten überhaupt was. Und das reicht, wenn man das alle jede Woche mal anschaut, was es da Neues gibt. Jetzt bei Bhakti war das interessant, weil es da einen neuen Artikel gab mit dem Foto von Bhakti bei der Wir 2020 EU. Aber ich kann ja gerade mal gucken, dann sehen Sie, wenn man da drauf guckt, dann sieht man, ach so, nee, das rufe ich besser nicht auf, weil ich ja nicht weiß, ob wir das dürfen. Also das heißt so. Ja, also die Formel von Top-Promis plus externe Top-Reformer plus Top-Mäzene eventuell ist Wahlerfolg. Ja, und wenn Sie eins davon nicht haben, Top-Promis nicht dabei sind, die externen Top-Reformer nicht dabei sind oder Top-Mäzene nicht dabei sind, dann vergessen Sie es einfach. Dann machen Sie die Partei wieder zu, das wird nichts. Das kann nichts werden. In Deutschland ist es unmöglich, eine Partei ohne Geld oder ohne Promis hochzuziehen. Das ist so ähnlich wie in den USA, wo auch niemand, niemals jemand ohne Geld und ohne viel Geld Präsident werden kann. Ja, Schluck Wasser. Das ist unmöglich. Und bei uns ist es so, dass man eben nur mit diesen Bedingungen, mit diesen drei Kräften, man muss, also man sollte wohl mindestens zwei dieser drei Kräfte vertreten haben und ohne die externen Top-Reformer geht gar nichts, weil sie dann kein Mensch ernst nimmt, wenn sie da mit irgendwelchen Pseudo-Sozialen und Pseudo-Linken-Reformen kommen, wo jeder durchschaut, dass das Pseudo-Links ist und so weiter. Ja, dass kein Mensch ernst nimmt. 2021 Deutschland mitregieren. Ja, das ist ja klar. Das ist nochmal so ein Kernsatz, der neu ist hier. Der Kernsatz. Die Next Scientists for Future stehen insgesamt für eine echt soziale, durch und durch menschliche Politik im Gegensatz zur bisherigen Pseudo-Sozialen, unmenschlichen, unsozialen Politik der Armeen von Arbeitslosen, Obdachlosen, Kranken und so weiter. Ja, das ist die bisherige Politik. Das ist die sogenannte Pseudo-Soziale, Pseudo-Linke-Politik, die wir in der Gesellschaft haben, die letztendlich sozusagen auf den Vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und der Medizinsparten und Gesundheitssparten beruht, die natürlich gut, selber gut verdienen wollen und dafür natürlich das Heer der Arbeitslosen, dafür kann das Heer der Arbeitslosen, Obdachlosen und Kranken ja gar nicht groß genug sein und der Kriminellen und so weiter, ja. Also alle diese Armeen, diese Parallelgesellschaften der Verwahrlosten, ja, die können ja gar nicht groß genug sein, damit diese Berufsstände, diese Sparten so richtig schön verdienen können, ne. Das läuft aber unbewusst, das war jetzt kein Schuldverwurf, das sind unbewusste Mechanismen in der Evolution, für die niemand schuldhaft etwas kann, außer den wenigen schwarzen Schafen, die tatsächlich kriminell die Leute abzocken, sozusagen, ja. Das sind aber nicht so viele, denke ich. Die naturwissenschaftliche Unterscheidung von Echtsozial und Pseudo-Sozial ist für die Next Scientists for Future zentral. Also Sie werden das immer wieder hören, den Unterschied, was ist echte soziale Politik und was ist Pseudo-Soziale Politik, ja. Das haben wir ja immer wieder, ne. Und in der Anfangsphase des Wahlkampfs und hier steht das drin mit Professor Bakhti und so weiter, ja. Es steht hier alles drin, da wir ja nicht wissen, ob wir die Homepages rechtlich überhaupt befugt sind, einblenden zu dürfen, ne. Ja, hier finden Sie alles, hier finden Sie die Wähler-Kommentare, Sie finden, ja, Sie finden einfach alles, ja. Lesen Sie mal, was die Wähler so schreiben, ja, zum Beispiel jetzt unter der Sendung mit Kai Stuth, Creative Caravan, wie hieß es? Da schreibt jemand an, Kai Stuth. Ja, Kai Stuth, das war das geilste Interview, was ich von dir und mit dir je gesehen habe. Hammer sensationell, viel gelernt. Das schrieb der über das Interview von Kai Stuth mit eben dem Assistenten der Next Scientists for Future. Also ich bin ja Assistent, einer der ehrenamtlichen Assistenten des Weltrates und der Next Scientists for Future. Ja, Herr Dillen ist wirklich aufmerksam und ein super Zuhörer, finde ich den Herrn Dillen äußerst sympathisch. Seine Art ist sehr erfrischend. Dankeschön. Das können Sie hier jetzt stundenlang lesen, was die Wähler über uns meinen. Und eben nicht die. Im Internet lesen Sie ja immer, was die Rechtsradikalen meinen und die Linksradikalen meinen, weil die Kommentare ohne Ende schreiben, wo man sie lässt. Aber da lesen Sie auch mal, was die vernünftigen Wähler so schreiben. So, und jetzt ganz kurz dazu. Also in der Playlist 4 beim Sender News und Talks haben die dort wieder ein paar neue Sendungen aufgenommen, einmal irgendwas von Arte und wie mit Statistiken die Bürger manipuliert werden können, was ja bei Corona auch aktuell ist. Sie müssen das also, die Sendung über den Betrug durch Statistiken sozusagen, müssen Sie einfach mal übertragen, die ist schon alt, die Sendung, die kenne ich schon seit Jahren oder schon seit langer Zeit, übertragen Sie das mal auf Corona und fragen sich, ob nicht die gleichen Betrugstechniken jetzt auch da wieder verwendet wurden, ohne böse Absicht übrigens, denn man kann ja auch betrügen, indem man sich irrt. Also man kann ja auch sich täuschen einfach und dann den Irrtum aus dem Irrtum heraus zahlen, falsch darstellen und damit mit den falschen Daten die Bevölkerung in die Irre führen, ohne böse Absicht. Also das sozusagen, ich würde da der Sendung sogar fast widersprechen, so von Betrug da gar nicht reden. Also ich weiß auch gar nicht, ob die Sendung davon spricht. Streichen wir das mal. Also und dann die Arte-Sendung. Die Arte-Sendung ist also sozusagen, sie ist eine Mainstream-Sendung, das ist keine Profiteure der Angst-Sendung, aber sie hat wie bei Arte immer doch ein bisschen besseres Niveau. Sie ist also zwar sozusagen, ist sie so schon getragen von so einer Art, ja ist ja vielleicht doch ein Killer-Virus, so getragen, aber doch relativ sachlich. Da kommt Professor Streeck drin vor, Professor Giger-Renzer, mit dem wir, den wir ja auch eingeladen hatten, Weltratsmitglied zu werden und Next Scientist for Future-Welt-Mitglied zu werden, kommt zu Wort. Professor Schrappe, mit dem ich ja auch persönlich telefoniert hatte, weil der ja auch bekannt geworden ist als durchaus behutsam Corona-Nachdenklich, ja, der kommt da drin vor, also durchaus mal sehenswert, wenn man mal sehen will, wenn mal der Mainstream nicht so maßlos daneben liegt, sondern nur gemäßigt daneben liegt, dann kann man sich die Sendung von Arte anschauen. Ja, so und eine Schlüsselfrage, so kurz Nachrichten wieder so, auch zu der Sendung, ja, wie viel sind, die Frage ist ja immer, wie viel sind gestorben an Corona, wie viel sind gestorben mit Corona und wie viel sind gestorben an der Panikmache und wie viel sind gestorben an den medizinischen Fachleuten und sind von denen zu Tode behandelt worden oder mit Krankenhauskillerkeimen infiziert worden und so weiter, ja. Das sind doch die naturwissenschaftlich interessanten Fragen, ja. Und die Sorgen, es wurde nochmal in dem Arte-Bericht deutlich, dass wirklich die Ängste waren, so Größenordnung, eine Million Tote hat man für Deutschland gefürchtet und daraus resultiert die Panikmache, dass man sagt, nee, wir knüppeln jetzt alles runter und erzeugen sogar vielleicht eine Untersterblichkeit von statt 25.000 Toten ausnahmsweise mal 10.000 Tote und das ist aber in Ordnung, weil wir sonst das Ganze explodiert kriegen und dann haben wir eine Million Tote da liegen und dann werden wir als Politiker nicht mehr wiedergewählt. Und da, so erklärt sich die Panik, ja, während Lauterbach zum Beispiel dann eher so in Kategorien gedacht, nicht eine Million Tote, aber so 30.000 bis 60.000 Tote und andere haben eher in Kategorien von 500.000 Toten gedacht oder 300.000 Toten, naja. Und daraus erklärt sich, warum die so sozusagen so viel Dampf gemacht haben, ne, Schluck Wasser. Sie sind also auf die Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungen von Pharmaimpf- und Testindustrie einfach nur reingefallen und denn, denn das unsere Medizin und also unsere Gesundheitssparten zu Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern neigen, das wissen wir schon seit Jahrzehnten. In Frankreich nur 70% aller Tote sind Corona-Tote, also trotz der Panik, die rund um Frankreich gemacht wird, sind also nur, jeden Tag sterben ja in Frankreich auch so wahrscheinlich, die haben weniger Leute als wir, also da sterben dann pro Tag nicht 2.700 pro Tag bis 3.000 oder so, sondern vielleicht nur 2.000 oder sogar weniger pro Tag, aber da sind nur 70% aller Todesfälle Corona-assoziiert, sag ich mal, assoziiert oder werden assoziiert mit Corona, auch egal ob das stimmt oder nicht, ne. Und in den USA sind es vielleicht fast 10%, aber da ist es eben so, die haben in 250 Tagen, haben also, die USA haben ja pro Tag circa mit 10.000 Toten zu rechnen, ganz normal, ganz ohne Corona, ganz ohne Grippe, dann in 250 Tagen haben die also 2,5 Millionen Tote ganz normal, das ist dort Alltag sozusagen und von denen sind gerade mal circa 250.000 assoziiert, werden assoziiert, ob das stimmt oder nicht mit Corona, ne. Und das kann daran liegen, dass die USA noch viel ungesünder sich ernähren und viel mehr Übergewicht haben und so weiter, als die Franzosen und vielleicht auch mehr Extremarme in den USA haben und dann sterben da halt ein paar Prozent mehr. Aber besorgniserregend sind 10%, 7% bis 10% weder in Frankreich noch in den USA auf jeden Fall kein Grund für irgendeinen Lockdown, ne. Bei Kontakt mit medizinischem Personal besteht ja immer Lebensgefahr, einmal wegen der Killer-Viren, wegen gefährlicher Werkzeuge, mit denen die hantieren, die können uns ja jederzeit umbringen, aus Versehen mit den Medikamenten, die sind immer lebensgefährlich und so weiter, braucht man nur mal eben überzudosieren und schon sterben sie. Oder sie kriegen ein Krankenhaus-Killer-Keim ab oder ein Arzt-Praxis-Keim ab und dann sind sie halt tot, ne. Oder hin, ja. Da sterben ja jedes Jahr so und so viele zigtausend, ja. Über die redet kein Mensch, ne. Ja, ich glaube, jedes Jahr sterben da viermal so viele, wie jetzt an Corona gestorben sind, jedes Jahr oder so. Müssen Sie mal die Zahlen nachprüfen beim Statistischen Bundesamt Wiesbaden, wie viel Krankenhaus- und Praxis-Keim-Tote wir jedes Jahr haben. Also Vorsicht, Arzt von Professor Dr. Med, Julius Hacketal, hat nach wie vor absolute Gültigkeit, ne. Ja, deswegen braucht man ja unsere Gesundheitsreform, damit wir irgendwann sagen, Vorsicht, Arzt ist Geschichte. Freut euch auf den Arzt. Der Arzt ist zu unserem besten Freund geworden. Der hat seine vorteilbringenden Irrtümer aufgegeben. Ja, der ist jetzt in der Wahrheit. Durch die NextScientistForFuture.de Gesundheitsreform. Ja, in Sendung vorteilbringende Irrtümer der Gesundheits- und Sozialsparten wurden gezeigt. Also auch in der Arte-Sendung wurde dann zum Beispiel ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten gezeigt. Wie die Leute so, die notleidenden Menschen an den Tafeln anstehen. Ja, wir haben das Ganze mal getestet. Wir haben Leute experimentell dahin geschickt und begleitet und so weiter und ausgewertet. Sie können sich an den Tafeln, mit den Tafeln können sie sich totfressen. Ja, also die quasi die Sozialsparten haben den vorteilbringenden Irrtum im Kopf. Ja, da sitzt vor denen einer und hat 300 Kilo Übergewicht. Und sie sagen, ja, also wenn die jetzt nicht ganz großes Hartz IV oder großes bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und wenn die nicht jede Woche bei der Tafel sich viel holen können, ja, dann verhungern die uns ja. Dann können die ja gar nicht überleben. Das ist einer der vorteilbringenden Irrtümer dieser Sozialsparte. Wir haben das Ganze nachgeprüft. Ich glaube, wir sind die einzigen in der Welt, die das mal nachgeprüft haben. Ja, und dann haben wir die Leute zu den Tafeln geschickt. Wir haben die Leute sozusagen mit Hartz IV leben lassen, also mit circa 450 Euro im Monat. Wir haben die Leute mit einem Euro am Tag leben lassen. Wir haben die Leute mit zwei Euro am Tag leben lassen. Wir haben die Leute mit 50 Cent am Tag leben lassen. Wir haben alles ausprobiert und haben festgestellt, ja, so mit einem Euro am Tag können die Leute problemlos leben. Also mit 30 Euro im Monat Hartz IV wäre eigentlich völlig ausreichend. Dann noch ein bisschen Telefon, ein bisschen Internet, Fernsehen und das war's. Und Heizung und Strom und Heizung und so wird ja sowieso bezahlt. Und dann noch eine Rechtsschutzversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und das war's dann. Ja, das ist doch eine Top-Versorgung. Und diese Idee, dass wir eben die Leute sozusagen, unser Ziel ist es sowieso, null Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es auch keine Arbeitslosen mehr. Und dann ist jemand nur noch für eine Woche arbeitslos, höchstens mal. Und da braucht er dann auch keine 450 Euro im Monat. Da reichen dann 30 Euro im Monat für die gesunde Ernährung. Und dann hat er ja in einer Woche, hat er ja wieder einen Job. Und dann ist das auch alles überstanden. Ja, das, ja, also sozusagen, wir haben das alles nachgeprüft. Und diese vorteilbringenden Irrtümer stimmen einfach nicht. Ja, Beata hat das gebracht, so quasi nach dem Motto, ach, guckt euch diese armen Leute an. Die müssen bei der Tafel betteln gehen, weil sie sonst verhungern. Das ist, es kann, also ein größerer Irrtum kann gar nicht existieren. Ja, ich lebe im Moment auch von 1 Euro die Stunde pro Tag ernähre ich mich durchschnittlich. Ja, und ich kann nur sagen, also ein größeren Irrtum gibt es nicht. Ja, und ich bin gesünder denn je, seitdem ich abgenommen habe. Und mit unserer Methode im Forum Gesundheitstipps und Neues, da finden Sie ja die erste funktionierende Technik abzunehmen und das Gewicht zu halten. Sie müssen es nur konsequent durchziehen, so wie ich. Ja, also und dann sprechen die aber so Arte irgendwo auch an, das was wir leben. Wir leben in einer Expertokratie, ja. Also lauter Experten, das sind die mit den vielen vorteilbringenden Irrtümern. Also überall im Fernsehen werden Experten gefragt und die beten dann brav ihre vorteilbringenden Irrtümer ihrer Spaten runter und unterziehen uns alle einer Gehirnwische mit Killerviren des Geistes, ne. Und sich selber ja auch, ne, denn die glauben ja selbst ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, ja. Und dann zum Beispiel, früher habe ich ja auch, man muss ja auch nachdenken über die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungsergänzungssparten, ja. Wir haben ja auch zwei, einen Nahrungsergänzungsdoktor, Dr. Meht bei uns dabei. Aber der nimmt es uns nicht übel, dass wir natürlich immer hinterfragen. Könnte es sein, dass er vielleicht die Notwendigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln etwas überschätzt, weil er einen vorteilbringenden Notwendigkeitsüberschätzungsirrtum im Kopf haben könnte, weil er ja teilweise davon lebt, diese Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Das nimmt er uns aber nicht übel, weil er ja, wir ja nur sachlich darüber nachdenken, wie viel braucht man tatsächlich und wie viel braucht man vielleicht gar nicht. Und ich kann Ihnen ehrlich nicht sagen, nachdem ich jetzt viele Monate alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel genommen habe, ich kann nicht sagen, ob ich auch nur eines davon jemals gebraucht hätte. Keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich hatte einmal bei Vitamin D3 einen etwas besseren Tag. Da habe ich sehr viel Vitamin D3 genommen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, woran das lag. Das kann auch an allen möglichen anderen gelegen haben. Von daher weiß ich gar nichts. Unsere Tests haben da kein klares Ergebnis ergeben bis jetzt. Es sind ja mehrere Leute bei uns, die experimentieren mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und wir tauschen die auch untereinander aus und so weiter. Ja, also von daher, ja, das war es jetzt mit dieser, ich denke, ich habe alles gesagt. Also deswegen, es muss ja keiner von denen jetzt Kanzlerkandidat werden. Es reicht ja, wenn ein anderer Kanzlerkandidat entsteht. Wir können es nicht sein, außer, ja, wir würden dem einen oder anderen Professor sicherlich eine Ausnahmegenehmigung geben, auch Kanzlerkandidat werden zu dürfen. Ja, gerade die, wir haben ja bei uns einen in der Corona-Szene sehr bekannten Professor, der auch immer wieder genannt wird und auch einen Dr. Med aus Österreich, der immer wieder genannt wird als Corona-Nachdenklicher und auch sogar bei Servus TV schon berichtet wurde. Und wenn die jetzt unbedingt Kanzlerkandidat werden wollten, dann würden wir sagen, nur zu, denn da geben wir euch eine Freigabe. Ich habe die Freigabe nicht gekriegt, weil die Professoren natürlich dann sagen, wir brauchen ja die guten, die hochqualifizierten ehrenamtlichen Assistenten werden ja gebraucht, um immer die Vielfalt der Professorenmeinungen zusammenfassen zu können sozusagen und einen Querschnitt darstellen zu können. Und wenn dann die ehrenamtlichen Assistenten nicht mehr unabhängig sind, das wäre schlecht für den Rat. Ja, von daher also, ja, das ist die Situation. Und wie gesagt, hier unsere Tipps. Also nochmal der Kernsatz. Jede Sparte, also besonders die Sozialsparten und Gesundheitssparten, leben sehr gut von und mit ihren Vorteilbringenden Irrtümern. Oder denken Sie an die Sparte innerer Sicherheit. Die leben sehr gut von den Vorteilbringenden Irrtümern, mit denen sie die Kriminalität regelrecht fördern, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und so fördert jede Sparte, erhält sich ihre Kundschaft, durch Vorteilbringende Irrtümer, aber nicht bewusst. Das sind nichtbewusste Evolutionsprozesse, die zwangsläufig entstehen müssen. Und das hätten wir eigentlich alle schon wissen müssen, seit 1859, seitdem Darwin und Wallace uns klargemacht haben, dass die Welt aus Mutation und Selektion besteht, aus Variation und Selektion. Und seitdem hätten wir längst verstehen müssen, dass es nicht anders sein kann, dass unter Bedingungen von Markt und Tauschhandel es zwangsläufig zur massenhaften Ausbreitung von Vorteilbringenden Irrtümern kommen musste. Und deswegen dann wir alle unglücklich mit Kriegen und anderen Elendkrankheiten und Leid und Kurzlebigkeit leben müssen. Und zum Beispiel, dann haben die Sparten, haben ja so Vorteilbringende Irrtümer, ja, die Menschen wurden ja früher nur 20 Jahre alt. Wahrscheinlich wurden sie früher eher 120 Jahre alt. Und durch unsere Moderne sterben sie erst früher. Ja, also, denn es gab nie einen Beweis dafür, dass die Menschen vor 400.000 Jahren wirklich nur 20 Jahre alt wurden. Dafür gab es nie einen Beweis. Ja, sondern das war immer nur ein Vorteilbringender Irrtum, der in den entsprechenden Sparten Mode war. Gehen Sie mal davon aus, dass die Leute damals sehr, sehr lang gelebt haben. Wie hat einer gesagt, noch vor 2000 Jahren, wo ja die Zerstörung unseres Lebens extrem weit fortgeschritten war, soll ein Verwandter, ich glaube, es war von Seneca, von dem berühmten Römer Seneca, muntere 90 Jahre alt geworden sein. Ja, nix 20 Jahre. Vor 2000 Jahren noch 90 Jahre, obwohl damals die Lebensbedingungen schon grottenschlecht waren, aber trotzdem noch 90 Jahre, ja? Also, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum die vielleicht vor 400.000 Jahren nicht 127 Jahre alt wurden, weil in der Evolution sozusagen so dieses, dass die Urgroßeltern noch leben sollten, um den Urenkeln zu helfen, dieses Prinzip hat sich in der Evolution ja immer stärker erst nach und nach herausgebildet, sodass dann vielleicht bei Bonobos, die haben vielleicht ja eine Lebenserwartung von 70 Jahren höchstens oder so, dass bei uns das erst von 70 Jahren dann erst anfing, Richtung 127 zu steigen und dem Beweis, dass Menschen genetisch gekonstruiert sind. Für weit über 100 Jahre sieht man ja daran, dass noch vor wenigen Jahrzehnten in den Blue Zones, zum Beispiel Okinawa, Japan, Massen an 110-Jährigen noch munter gearbeitet haben. Das beweist also, dass wir genetisch massenmäßig auf mindestens, sagen wir mal, diese 110 Jahre geeicht sind, vielleicht sogar auf die 127 Jahre. Aber sowas entsteht in der Evolution erst nach und nach, denn erst wenn dieses Kommunizieren zentral wird, und das wurde ja erst in den letzten 400.000 Jahren, wurde ja die Sprache entscheidend verfeinert durch das Gen FOXP2, das Sprachgen sozusagen, Sprachperfektionierungsgen FOXP2 und dadurch müssen wir davon ausgehen, dass wir in den letzten 400.000 Jahren vielleicht eine Evolution von 70 Jahre Sterbezeitpunkt zu 127 durchgemacht haben, noch einmal, weil es immer wichtiger wurde, dass die Urgroßeltern uns gut beraten und betreut haben, die Urenkel gut beraten und betreut haben und dafür mussten sie mit 127 noch leben können. Und eben wie wir es vor 2000 Jahren im Römischen Reich noch mit 90, noch 90 Jahre alt wurden, obwohl es da schon die todbringende Erfindung von Ackerbau und Viehzucht gab, die uns alle ja immer früher hat sterben lassen. Und die dann dazu führte, dass wir irgendwann mit 30 gestorben sind. Aber da spielten auch die Kriege eine Rolle, die ernährungsbedingten Seuchen und so weiter. Also wenn ich natürlich mit 18 an Pest sterbe oder mit 10 Jahren an Pest sterbe, dann geht das natürlich in die Statistik mit ein. Und die Experten bisher, also wir überlassen das natürlich den Parteien, wen sie noch als Experten 5 und 6 zum Beispiel dazuziehen. Aber bis jetzt hatten wir ja so durchaus willige Experten, sind ja wir selber, die Next Scientists for Future mit ihrem Potenzial, ihre Reformkompetenz, die dann auch für 56 Prozent der Wählerstimmen steht. Und Ökonomie von Mankind, Lösungen.jetzt, Gemeinwohlökonomie, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Können sie ja alles bei dieser aktuellen Seite alles dann nachlesen. Die Volks, das ist ja unser Tipp, die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit. Die neue große Volkspartei verbessert die Politik der Grünen, der SPD und der FDP, CDU, FDP. Keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Ja, und dann diese großen Sender müssen dann ja für 20 Millionen Klicks sorgen. Die prominenten Sender mit den prominenten, nennen den Corona-Nachdenklichen. Und hier und das gibt dann zusammen 56 Prozent bei der Bundestagswahl. Kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, aber wir können den Kanzler schon stellen mit vielleicht 25 Prozent aufwärts und die Kanzlerin stellen. Und das kriegen wir hin, weil wir ja insgesamt acht Wahlen im nächsten Superwahljahr haben. Und ja, und wie gesagt, Michael Ballek hat ja schon bewiesen, ohne die externen Reformer Next Scientist for Future hat er lächerliche 2,6 Prozent gekriegt. Also alle Parteien werden scheitern ohne uns, weil wir die einzigen sind, die Reformen so darstellen können und dem Wähler so nahe bringen können, dass er mit 56 Prozent der Leute mit Begeisterung reagieren. Und das kriegen die nicht hin. Wir können mit denen jetzt keinen 30-jährigen Wissenschafts-, 40-jährigen Wissenschaftsschnellkurs machen, dass die unsere Reformen darstellen können. Das kriegen sie nicht hin. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Sie machen drei Fehler. In einem Satz werden sie drei Fehler machen. Weil sie das, wenn sie das nicht 40 Jahre, 50 Jahre gelernt haben, kriegen sie das nicht hin. Das können sie nicht. Das können sie vergessen. So. Ja, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Also geht wählen. Geht achtmal wählen. Acht Wahlen stehen an. Und wählt dann bitte das Richtige. Bitte schön das Richtige. Ja, tschüssi, das war's. Bis bald. Kommt dann mal bei mir. Ja, der war's.